Wie viel Prozent ist die Regleröffnung? Ich würde mich interessieren, bei dem DFC-Kopf, ab wann der anfängt zu kippeln. Ob man den wirklich mit zu tiefen Drehzahlen fliegen kann. Der DFC-Kopf ist klapperischer als die anderen Kettler vom Haus, aber so direkt ist er, ja, aber dadurch, dass er eben so direkt ist, geht auch nicht zurück. Jawoll! Wenn du mutig bist, machst du ein Looping? Nee. Das steht. Hm? Das steht. Hm? Wenn wir wirklich einen Heimmeter oder am Boden, das kommt dann rumzufangen. Ja. gut. 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 Wow, wow. Wow, wow. Wow, wow. Wow, wow. Wow, wow. 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 Oh. Geht da eh noch. Vorsicht. Boom. Kommen wir mal runter, oder? Bleib stehen! Bleib stehen! Jaaa Obten Sie es noch schnell und schäden uns mit Entfernen und die Lähe sind zum Tigre ich möchte, dass die Lähe waren und da auch in die Ellern wenn ich etwas, dass es einen Kuss war, kein Lähe. Ich bin etwas, das Café Und ich rufe das Sein,